Für den Fall, dass es sich doch lohnt, komm ich hier ein letztes Mal vor. Denn man weiß nie, ob es sich lohnt, und falls nicht, stirbt nur die Hoffnung. Es ist der letzte Halt vor dem großen Fall. Es ist der letzte Halt vor dem großen Fall. In Zeiten wie hier hinterlassen sie dir. Durchschnittlichkeit, die uns dann vereint. Ein letzter Halt vor dem großen Fall. Ein letzter Halt vor dem großen Fall. Es ist die Einerei, ob ich hier zerfall. Es ist die Einerei, ob ich hier zerfall. Ein letzter Halt vor dem großen Fall. 2. 5. 5. Untertitelung des ZDF, 2020